Hi Elsa! Wie ist sie schon? So, herzlich willkommen liebe Gaming-Freunde! Donald ärgert sich schon wieder und da ist Ariel und da ist Erik. Ja, herzlich willkommen hier bei Disney Dreamlight Welle. Ich mache hier einfach mal ein kleines Video. Folgt mir gerne auf meinen aktuellen Kanälen. Einmal hier auf YouTube, Johnny & Friends Gaming, also at Johnny & Friends Gaming 2. Das ist mein aktueller YouTube-Kanal hier. Schaut da gerne einfach mal rein. Ich bin auch auf Twitch hier unter Johnny & Friends Gaming erreichbar. Auch hier streame ich ab und zu mal. Auf TikTok bin ich unter Johnny & Friends Gaming erreichbar. Und wer will, der kann auch auf Instagram reingehen unter johnny.end.friends.gaming. Und wir wollen jetzt hier mal weiterspielen. So, ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr mich besucht. Egal, ob das jetzt auf YouTube ist oder auf TikTok, auf Twitch oder auf den anderen Kanälen. So, wir gehen jetzt als erstes mal hier ein bisschen rein hier. Hier werde ich morgen umbauen. Das ist geplant so. Ich werde hier ein schönes kleines Gärtchen machen. Das werde ich dann morgen hier alles hier entsprechend ernten. Das mache ich dann aber als, ja wahrscheinlich als Videos. Gucken wir mal hier, was wir da morgen so machen. Ich werde das dann auf verschiedenen Kanälen veröffentlichen. Oh, Dornen. Oh, weg mit den Nachtdornen. So, bitteschön. Dankeschön. So, da haben wir auch nochmal Nachtdornen. Ich habe so das Gefühl, in letzter Zeit gibt es wieder mehr von den Nachtdornen. Schauen wir mal. Okay, da kommt nichts mehr. Da kommt nichts mehr. Ich habe schon lange keine Beutel mehr bekommen. So, was hat er denn hier schönes? Haugenblummern. Teile ich sogar noch was. Okay. Der Mann, der wahrscheinlich Wall-E hierher geschmissen hat oder geworfen hat. Und ich habe es nicht gesehen. Oh, was ist denn los hier? So viele Nachtdornen. Das ist ja ungewöhnlich. Das ist ja echt ungewöhnlich. So, tun wir mal hier. Steine brauchen wir auf jeden Fall zum Bauen. Straßen und so weiter. Ich hoffe, dass das morgen langt. Das ist auch nochmal was. Warum so viele Nachtdornen? Okay, cool. Was haben wir denn hier noch? Das hier haben wir noch. Und das haben wir noch. Da haben wir noch einen Stein. Nein, kein Stein. Eine Nachtdornen. Die Einzahl von Dornen ist immer Dornen? Oder gibt das auch eine Dornen? Ein Dornen wäre es dann wahrscheinlich. So, was haben wir denn hier? Das war's. Okay. Also, das kommt morgen weg. Da bin ich mal gespannt. Da haben wir noch was. So, was machen wir denn als erstes? Als allererstes gehen wir mal zu Dagobert. Schauen wir mal, was da Schönes gibt. Hier mal gucken. Was wird Dagobert für mich Schönes bereithalten? Da haben wir noch Kisten. Da wird aber nichts drin sein, denke ich mal. Schauen wir mal schnell rein ins Lager. Das kann man dann auch hierher tun. Ah, okay. Ja, 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 ja. Die zwei Samen hier. Ich weiß nicht, warum habe ich die Blume da drin gehabt. Okay. So, dann schauen wir mal bei Dagobert vorbei. Ich bin mal gespannt, ob der was hat. Oh, das ist ein kleines, ein kleines Rechenchen. Ich möchte jetzt was schnobolieren. Es gibt schöne Erdnüsse hier. Oh, es regnet schnell zu Dagobert, sonst wir mal badschat nass. Das wollen wir doch nicht. So. Schnell rein, schnell rein. Oh, bitte schön, danke schön. Es gab mal Zeiten, da hat es im Disney Dreamland, weil es sehr viel geregnet. Okay, haben wir den schon? Was soll das sein? Einen schönen Tag noch. Achteckiger Spiegel. Da müssen wir jetzt mal gucken. Der ist auf jeden Fall sehr schön. Sei gegrüßt, Nachbar. Das ist so ein Ikea-Tisch, ne? Oh, es regnet. Hallo. Ich glaube, das haben wir auch schon. So, das muss ich mal diesen Spiegel anschauen. Jetzt weiß ich natürlich nicht, unter was Spiegel läuft. Sei gegrüßt, Nachbar. Auf Wiedersehen und bis bald. Hallo. Das ist echt eckiger Spiegel. Das wird jetzt schwierig, nahm. Kunst ist ja kein Spiegel. Dekor. Wir gucken mal unter Dekor. Läuft Spiegel unter Dekor. Da ist ein Spiegel. Ah, da müsste der restliche Spiegel... Was ist das? Ist das auch ein Spiegel? Spiegel der vergoldeten Träume. Okay. Scheint neu zu sein. Habe ich den tatsächlich noch nicht? Da, die, 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 die. Hm, 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 hm. Also rein aus Sammlerzwecken. Ist er das? Ja, den haben wir schon. Hätte ich ihn jetzt gekauft, wenn wir ihn nicht kappt hätten. Aber... Freundlichen Dank. Gerne. Da ist nichts Neues hier. Das habe ich schon. Oh, die Hutbox ist neu. Sei gegrüßt, Nachbar. Ah, das ist ja schön. Ich wette, ich bin der erste Halbgott, der dir begegnet ist. Stimmt's? Ja, das stimmt. Das ist die Orange, nahm. Ja, uns fehlt die Blaue, glaube ich. Bleib hier, bitte. Bitte bleib hier, hallo. Sei gegrüßt, Nachbar. Jetzt schauen wir mal schnell nach. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob das unter Sitzgelegenheit läuft, weil da kann man sich ja momentan nur draufsetzen. Es ist aber geplant, dass diese Hängematten, dass man sich da auch wirklich reinlegen kann. Ja, die haben wir auch. Also, das ist ja eine echte Enttäuschung. Auf Wiedersehen. Tschüss. Ich laufe ja nicht weg, Dagobert. Hui. Das ist natürlich hier nichts, ne? Puh. Ja. Da ist halt schwierig, da irgendwie was reinzubringen, dass das einigermaßen gut läuft. So, warte mal. Gehen wir mal. Ich wollte eigentlich so rum. Hier muss ich auch unbedingt noch umbauen. Ich weiß nur, ich habe kein Konzept dafür. Was gibt es denn bei dir Schönes? Okay. Da auch, ganz ehrlich, ich hätte mir mehr versprochen von das, was Christoph anbietet. Ja, Stoff ist cool. Aber Fläschchen zum Beispiel, ja. Nee. Und Sand habe ich. Und Hartholz, ja. Kann man mitnehmen. Aber ehrlich, ein Fläschchen herstellen, wir können mal gucken. Was war denn das jetzt? Okay, bin ich jetzt... Das haben sie geändert, den Text, oder? Wenn wir jetzt da mal reingehen und gucken, was muss ich denn ausgeben für ein leeres Fläschchen? Drei Glas. Okay. Ist jetzt nicht echt. Okay, Eisenerz. Okay. Gut. Dann habe ich euch jetzt mal mitgenommen hier. In mein tägliches... Ja, tägliche Routine. Kann man das sagen? Tägliche Routine? Ja. Je nachdem, wie es halt läuft. Hi Mirabel, wie geht's dir? Oh Mirabel. Aber Mirabel hat gar nicht diese Fähigkeit für die Tiere. So, dann würde ich sagen, war es das. Können schnell noch die Taschen leer machen. Besucht mich gerne auf meinen Hauptkanälen hier auf YouTube oder Twitch. Okay. Ach, zu Mirabel müssten wir noch... Na, da mache ich ein eigenes Video drüber. Zu Mirabel müssen wir noch... Okay. Zu Mirabel... Zu Mirabel... Zu Mirabel... Komm hierher. Okay. So Leute, dann bedanke ich mich, dass ihr zugeschaut habt. Lasst ein Like, lasst ein Abo da, wenn ihr wollt. Und kommt auf jeden Fall auf meinen aktiven YouTube-Kanal oder Twitch-Kanal. Ich würde mich freuen. Ab und zu streame ich auch. Könnt auch mal reingehen. So, hier sind wir schon. Wenn ich live gehe, dann spiele ich momentan entweder Disney Dreamlight Valley oder Bloons. Bei Bloons haben wir momentan das Problem, dass Bloons immer... Oder, naja, immer kann man nicht sagen, aber sehr, sehr oft einfach nicht funktioniert. Da kommen immer Fehlermeldungen. Und dann gehen wir wieder auf Floodgate, auf Roblox, Floodgate, Tower Defense. Kann man kostenlos spielen. Da spiele ich momentan mit meinen Freunden. Und da habe ich heute auch drei Stunden gestreamt. Ja, ich bedanke mich. Lasst ein Like da hier. Lasst ein Abo da. Und dann sehen wir uns wieder in einer der nächsten Folgen. Hier zum Beispiel bei Disney Dreamlight Valley. Oh, es regnet. Komm, wir gehen mal hier zu Remy. Damit man nicht nass wird. Damit wir nicht nass werden. Ja, okay, das war's. Danke. Tschüss.